Mein Name ist Daniel Grossmann, ich bin der künstlerische Leiter des Jewish Chamber Orchestra Munich. Unser nächstes Konzert am 22. März in den Münchner Kammerspielen dreht sich ganz um den rumänischen Lyriker Paul Celan, der ein sehr dramatisches Leben hatte. Neben einem Stück von Schönberg, das Adorno in einen Bezug zu Paul Celan gestellt hat, spielen wir eine Uraufführung des jungen Münchner Komponisten Johannes Schachtner und eine Kammeroper von Sarah Nemtsov, die den Briefwechsel zwischen Paul Celan und seiner Frau vertont.